Dieses Wort steht für eine gutartige Wucherung aus Fettgewebe, das sich unter der Haut oder in tiefen Gewebschichten bilden kann. In der Regel sind sie weich, beweglich und schmerzlos und treten am häufigsten an Stellen auf, an denen sich Fettgewebe ansammelt, wie zum Beispiel am Nacken, an den Schultern, am Rücken oder an den Armen und Beinen. Sie wachsen in der Regel langsam und bleiben meistens klein, aber in einigen Fällen können sie größer werden und Beschwerden verursachen, indem sie auf umliegende Gewebe und Nerven drücken. Die genaue Ursache von Lipomen ist nicht bekannt, aber sie scheinen genetische Faktoren und hormonelle Veränderungen zu involvieren. Die meisten müssen nicht behandelt werden, aber wenn sie kosmetisch störend sind oder Beschwerden verursachen, kann eine operative Entfernung in Betracht gezogen werden. In der Regel ist die Prognose bei Lipomen sehr gut, da sie selten bösartig werden. Es ist das Lipom. 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 Lipom.